Der Becker Traffic Assist 7827 ist ein super schickes Navigationssystem im schlanken 19mm Metallic Design. Mit dem berührungssensitiven TFT-Touchscreen im 16 zu 9 Format wird die Bedienung über großflächige Buttons zu einem Erlebnis. Die Stauumfahrung per TMC bringt Sie stressfrei ans Ziel und der Geschwindigkeitsassistent warnt bei zu schneller Fahrt. Beides schont die Nerven und den Geldbeutel. Das Gerät führt Sie easy durch 37 Länder Europas. Ein besonderes Highlight hierbei, europäische Autobahnkreuze werden dank Reality View im Display so realistisch dargestellt, dass ein rechtzeitiger Spurwechsel zum Kinderspiel wird. Bei mehreren Fahrspuren zeigt der Fahrspurassistent den Straßenverlauf sehr frühzeitig an. Da bleibt Ihnen genügend Zeit, sich in aller Ruhe auf die richtige Spur einzuordnen. Fahrtfinder sucht Mitfahrgelegenheit.